Das ist ein Auto. schnell rotes groß Das ist ein rotes Auto. Sie hat eine Katze blau kleine schnell Sie hat eine kleine Katze. Er trägt eine Jacke grün warme klein er trägt eine warme Jacke. Ich habe einen Hund gelb klein großen großen Ich habe einen großen Hund. Wir trinken Kaffee schwarzen kalte warm Wir trinken schwarzen Kaffee. r ein großes Sandwich ist ist essen esse er ist ein großes Sandwich. das ist ein Haus das ist ein rote gelb kleines das ist ein kleines Haus r ein interessantes Buch lese lese liest lesen lese 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 sie trägt eine Hose blaue großes großes klein sie trägt eine blaue Hose. Ich sehe einen Vogel Ich sehe einen Vogel Großes Kleinen Ich sehe einen kleinen Vogel Ich sehe einen kleinen Vogel ich trinke ich trinke Tee heißen kleine grüne ich trinke heißen Tee das ist ein Flugzeug Flugzeug alte schnelle großes das ist ein großes Flugzeug r er ein großes Instrument spielt spiele spielen er spielt ein großes Instrument er eine schöne Brille er eine schöne Brille trage trägt tragen er trägt eine schöne Brille wir ein großes Sofa wir hat haben wir haben ein großes Sofa wir haben ein großes Sofa sie sie ist eine leckere Pizza sie ist eine leckere Pizza ich sehe einen Baum grünen ein große große klein ich sehe einen grünen Baum das ist ein das ist ein Handy neue alte teures schrei schrei es schreibt in den Kommentaren die richtige Antwort und sagt, wie viele richtige Antworten sie haben. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr solcher Inhalte sehen möchtet, vergesst nicht, das Video zu leaken und den Kanal zu abonnieren. Eure Kommentare und Unterstützung motivieren uns, weiterhin großartigen Content zu produzieren. Wir sehen uns im nächsten Video.